Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, gebt uns bitte keinen zweiten Trailer zu Jurassic World? Der kam jetzt. Dann habe ich gesagt, bitte ballert uns aber jetzt nicht mit irgendwelchen TV-Spots und Clips zu. Jetzt kam ein neuer TV-Spot raus. Und obwohl ich es nicht geil finde, fühle ich mich ein bisschen dazu verpflichtet, mir ihn jetzt anzuschauen. Beziehungsweise bin ich der Meinung, dass die Firma, also Universal Studios, dazu verpflichtet ist, dass diese ganzen TV-Spots, die jetzt eventuell noch auf uns zukommen werden bis Juni, uns den Film nicht kaputt spoilern. Ich werde ihn mir jetzt mal anschauen und würde sagen, wir quatschen da einfach mal ganz kurz drüber. Mal gucken, was es Neues geben wird in dem TV-Spot. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So, der Spot geht gerade mal 30 Sekunden. Und ja, noch ganz kurz was zum Trailer vom letzten Video, vom vorletzten Video. Da habt ihr mir jetzt auch geschrieben, dass in meiner Trailer-Reaction hätte im Trailer eine Szene gefehlt. Das habe ich auch mitbekommen. Aus irgendeinem Grund ist die Szene, in der der Allosaurus und der Kanutaurus Malta terrorisieren und dann der Allosaurus einen Passanten von einem Roller runterfrisst, nur in dem original englischen Trailer drin. Ich habe mir einen angeschaut gehabt, der war ja untertitelt gewesen. Ich meine, das war italienisch oder spanisch sogar, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Danach habe ich mir den Original-Trailer nochmal angeschaut, ohne Untertitel. Da ist mir die Szene auch aufgefallen. Und danach habe ich dann mit meiner Freundin nochmal den deutschen Trailer geschaut. Da fehlt die Szene komischerweise auch. Keine Ahnung, was das schon wieder soll. Aber schaut euch auf jeden Fall den englischen Original-Trailer an. Und mal gucken, was wir jetzt hier noch zu sehen bekommen. Der Clip scheint auf jeden Fall auch in Malta zu starten. Und mal gucken. Wir fangen jetzt an. Okay, das wird wahrscheinlich auch eine der größten Szenen hier werden. Im Film. Später. Da hätte die Szene wieder auftauchen sollen eben gerade. Und sie war wieder nicht drin. Gibt es den TV-Spot auch noch in einer anderen Sprache? Oder ist das jetzt einfach nur im asiatischen Raum? Nee, okay, gut. Das scheint ein japanischer Trailer zu sein. Deswegen auch die Untertitel. Ja, was haben wir jetzt hier Neues gesehen? Es gibt zwei Sachen, auf die ich eingehen möchte. Eine Sache, die ich sehr cool finde, ist der... Ich habe den Namen wieder vergessen. Diese Raptor-Art hat einen bestimmten Namen. Es gibt drei verschiedene Raptor-Arten in dem Film. Einmal den Velociraptor. Das sind Blue und das Baby. Dann den Pyroraptor. Das ist das Film mit den Federn. Und dann gibt es diese Variante hier noch. Und ich finde gerade mal raus, wie die heißt. Eine Sekunde. 6,5 Stunden später. Da steht es. Das sind die... Oh Gott, deswegen kann ich mir den Namen auch nicht merken. Atrosiraptor. Geht eigentlich. Atrosi hört sich an wie Arthrose-Raptor. Auf jeden Fall die Atrosi- oder Atroki-Raptoren. Das sind die, die wir jetzt eben hier in diesem Spot sehen. Ich werde sie einfach nur Raptor nennen. Das ist jetzt leichter. Die scheinen Claire bezielt zu jagen in Malta. Ihr wisst ja schon, meine Theorie ist, dass man hier wirklich Saurier inzwischen in Waffen umfunktioniert hat. Dass die auch Befehle hören. Das, was eben auch in Jurassic World 1 angesprochen wird, könnte jetzt hier wirklich wahr geworden sein. Und immer mehr von dem, was wir sehen, spricht auch für meine Theorie. Und ich glaube, das passt auch ganz gut hier dazu. Ich finde es ganz cool. Ich muss sagen, dieses ganze Saurier sind jetzt Waffenschema. Das muss man akzeptieren können. Und aus irgendeinem Grund, bei allem, was ich über Jurassic World immer wieder mecke, kann ich das akzeptieren. Ich finde, das fühlt sich nicht an wie ein Fremdkörper in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist so ein Punkt, wo ich mich selber nicht nachvollziehen kann. Aber mich stört das irgendwie nicht. Und die Raptoren scheinen jetzt hier Jagd auf Claire zu machen und auch durch die Gebäude durchzujagen. Das ist übrigens eine Szene, die sehen wir zu bestimmten Ausschnitten schon seit dem ersten Trailer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine der größten Szenen im Film werden soll. Die Schauspielerin Bryce Dallas Howard, die eben Claire Dearing spielt, hat gesagt, also die wurde in einem Interview gefragt, was wäre so die beste oder die actionreichste und epischste Szene im Film. Und da hat sie eben geantwortet, ja, ihr würden jetzt einfach auf Anhieb 10 Szenen einfallen. Ist natürlich eine Marketing-Aussage. Aber inzwischen, ich könnte mir vorstellen, dass hier so einige epische Szenen gibt. Das wird eine sein. Ich glaube, die mit dem Flugsaurier wird nicht ohne. Der Giganotosaurus am Ende wird sehr wahrscheinlich ziemlich heftig werden. Der Pyroraptor wird noch eine große Szene. Da bin ich mir auch sicher. Und wir haben noch nichts vom T-Rex gesehen. Ey, ich schätze mal, dass der T-Rex nicht auch noch mit dem Giganotosaurus auf die Fresse haut. Das heißt, der Film wird schon sehr wahrscheinlich Schlag-auf-Schlag-Action zu liefern haben. Was mir jetzt hier aber gar nicht gefällt, ich mag nicht, wenn man Figuren in Szenen, in eine Situation bringt, wo man sich dann wirklich denkt, okay, wie kommt die Figur jetzt da wieder raus, diese Situation. Mal als Beispiel in Jurassic Park 3 war das eigentlich ganz cool gelöst, als dann Alan Grant von den ganzen Raptoren umzingelt wurde. Und man hat sich gedacht, okay, das war's. Wie soll er jetzt da wieder rauskommen? Und die Antwort war eben, ah ja, es wurde ja mal ein Junge aufgebaut, ganz am Anfang im Film, der auf der Insel verschollen ist. Der taucht dann eben wieder auf, hat Waffen von Injun gefunden, wirft dann eben diese Rauchgranaten und befreit dann damit Dr. Alan Grant aus der Gefahr der Velociraptoren. Das kann man jetzt auch wieder anfechten, ob das cool gelöst ist oder nicht. Aber es hat wenigstens einen Aufbau gehabt. Man hat dann nachvollziehen können, ah, okay, stimmt, von dem Jungen habe ich ja schon mal was gehört. Das ist jetzt wieder so eine Szene, wo man sieht, wie Owen vor den Arthrose-Raptoren abhaut. Und die kesseln ihn schon ein, sind bereit zum Angriff. Und dann denkt man sich, okay, wie kommt der da jetzt wieder raus? Und die Lösung für diese Szene ist, weil der Raptor auf einem Stuhl ausrutscht. Ich mag sowas nicht. Ich habe auch das Gefühl, es gibt im Trailer noch eine andere Stelle, wo man sieht, wie der Allosaurus und der Karnotaurus aus so einer Box rauslaufen und auch auf Owen zu marschieren und er wieder seine typische Raptor. Stopp, ich zähme euch, Posuma. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Szene auch sehr doof gelöst wird, dass auf einmal irgendein Bus durch die Wand fährt und die Viecher wegrammt. Da fehlt mir so ein bisschen die Cleverness dahinter. Das hat mich eben gerade nur ein bisschen gestört und irgendwie hat mich es an diese ganzen, an diese ganzen Memes erinnert. Jetzt ist es halt ein Raptor, der auf einem Stuhl ausrutscht und deswegen kommt Owen damit durch. Ansonsten haben wir gar nicht mehr allzu viel gesehen. Ist cool, belasst das so. Er hört jetzt ja auf, uns immer wieder ein paar Sachen dann zu zeigen, die wir eigentlich gar nicht sehen brauchen. Mit diesem TV-Spot komme ich komplett klar, weil er eigentlich nichts zeigt, was jetzt irgendwie im Trailer nicht auch schon gezeigt wurde. Es führt eine Szene ein bisschen weiter aus. Aber ansonsten, klar, man muss auch irgendwie versuchen, in Fernsehwerbung zu machen. Da kann man ja nicht permanent einen Trailer laufen lassen. Aus diesem Grund gibt es eben verschiedene TV-Spots. Und ich hoffe, dass sie diese Spots einfach irgendwie aus dem Trailer rausnehmen und nicht irgendwas Neues da hinzupacken. Weil ich muss immer an Godzilla vs. Kong denken. Die Werbekampagne da war ja so krass gewesen, dass wir am Ende. Ich habe noch ein Video, das kann ich dir hier oben mal verlinken. Da habe ich eine Theorie preisgegeben, was ich anhand des Trailers und des Spots meine, was für eine Story Godzilla vs. Kong haben könnte. Und das war, was ein halbes Jahr bevor der Film rausgekommen ist. Es war auf jeden Fall relativ früh, nachdem der erste Trailer erschienen war. Und genau das war am Ende exakt die Story gewesen. Ist schade einfach, wenn man dann wirklich alles verballert, was den Film irgendwie ausmacht. Jurassic World Dominion hat noch ein paar Fragen offen, wo ich sage, lass mir diese Fragen auch noch. Beantworte mir die einfach im Film und nicht jetzt hier in irgendwelchen Spots und Trailern. Lass mich jetzt auf jeden Fall deine Meinung zu diesem TV-Spot wissen, der uns ja nicht allzu viel Neues gezeigt hat. Und was sagst du dazu? Soll ich mir wirklich jeden TV-Spot mal zur Brust nehmen? Oder meinst du, das brauche ich eigentlich nicht? Wenn dich jetzt meine Meinung zum Jurassic World Dominion Trailer, dem zweiten Trailer, interessiert, habe ich das Video mal hier oben für dich verlinkt. Wenn du wissen willst, warum ich den Jurassic World Artikel für Moviepilot sehr kritisch gesehen habe, habe ich dir ein Video hier verlinkt. Das kannst du dir ganz gerne anschauen. Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.